Willkommen zurück zu einem neuen Part, The Walking Dead, und ja, können wir jetzt mal hier durch das Fernglas gucken, was wir denn so sehen können. Oder auch nicht. War doch klar. A fate worse than death. No sign of any boats down there. Plenty of docks, no boats. No way that one salvageable. Nothing but water, not a boat to be seen. The Talmadge Memorial Bridge. Can't imagine how many people tried to escape across it when the city started to fall. Ich bin froh, dass wir hier nicht in San Francisco sind, sonst würde mich das jetzt momentan ein bisschen mehr treffen. Abandoned, like every other place in this city. Will sie hier noch irgendwas sehen? Ich glaube nicht, hier ist man... Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Was Ganze sind? Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Warum sind wir schützend? Niemand kam von dem Gebäude am Ende der Straße. Wo ging er? Ich sah ihn nach dem Newsstand. Können wir unsere Bell-Ringer. Wie geht es, dass wir uns herausfinden? Vielleicht ist er nur ein Schraubger, wie wir uns. Ja, und vielleicht ist er nicht. Vielleicht ist er der Mann auf der Radio, der mit Clementine hat. Du willst nicht wissen? Weil ich will wissen. Du willst doch nicht gleich schießen, Kenny. Oh, we're gonna talk. Oh, we're gonna talk. Das ist eine Frau. Das sieht man. Äh, wo kommst du her? Clementine. Kenny? Kenny? Tony, don't! No, er ist mit uns! Wer ist denn die Leute? Ich hab alle einen. Ich hab alle einen. Ich hab alle einen, wenn sie mir sagen, wer die Frau ist! Pass auf, Scheiße! Der Name ist Molly. Molly? Ich bin Lee. Das ist Kinney und Clementine. Ich bin nicht aufhören, dass ich keine Probleme habe. Hallo! Ihr seid echt nicht von Crawford, oder? Ich weiß nicht, was das ist. Alles außerhalb dieser Barricade. Was ist mit dir passiert? Du bist sicher, dass du wissen? Als alles angefangen zu gehen, einige Leute zusammengekommen, und das ganze Wohnzimmer entfernt. Leute, die bereit zu machen, um zu bleiben, um zu bleiben, um zu bleiben. Ich versuche sie zu vermeiden. Warum? Ich sage nur, dass sie eine ohne Toleranz zu bleiben, für jemanden, die nicht oder nicht leben von ihren Regeln. Wie wissen wir, dass wir nicht sie sind? Weil es keine Kinder gibt. Weil es keine Kinder gibt. Nicht mehr. Was bedeutet, keine Kinder? Warum nicht? Keine Kinder, keine Kinder, keine Kinder mit einer Medikationen Medikation. Oh mein! Was? Bilden ein mehr sämtliche Wörter. Kenney. Ringen die Bellen heute Morgen haben wir alle getötet. Wir haben die Todes alle um uns. Das ist die Idee, Genieus. Das ist wie ich herumschrauben. Ich ringe eine Bellen in einer Nähe, um die localen Geeks zu erzeugen. Ich kaufe mir ein paar Zeit, um die Bereiche zu erzeugen. Geeks? Das ist das, was du nennen sie? Ja, wie bei der Carnival. Die Bellen sind alles, alive oder dead. Das ist ziemlich smart. Die Bellen. Es braucht nicht viel, um die Todes zu erzeugen. Bunch of dummasses. Du musst einfach schnell gehen. Geht in und raus, bevor sie wieder zurückkehren. Ich werde dich wieder fragen. Du bist nicht von Crawford, also wer bist du hier? Was machst du hier? Ich bin hier nachher, um ein Boot zu suchen. Ich hoffe, dass unsere Leute hier rauskommen. Ich finde einen Ort zu finden. Ja, gut mit dem Glück. Jemand mit einem Boot rausgekommen, als die Leute zu essen sind. Jemand, die hinterlassen wurden, Crawford hat ihn für Fahrzeuge. Fahrzeuge, auch. Es muss sein. Oh, oh, oh. Oh, oh. Genau. 간st. Und dann sagen. Mann. Dage. Da geht es hier. Bist du Gerhard. Oh, mach du. Oh nein. Sorry. Oh nein. Oh nein. Der kann Clementine schon was abschlagen Danke Kenny Oh nö Lee, nicht nach hinten Nein, nein, Lee Ja, ja, nach unten Komm, ein bisschen mehr Kraft, Alter Los, weg da Nach unten ist er freigestellt und unten am Fluss Nein, nicht nach unten Der Sound ist so laut eingestellt. Jetzt muss ich mich durch die Kanalisation schlagen. Na, ist ja sexy. Den Leiter will ich bestimmt nicht mehr hoch. Hier kommt man aber durch. Da muss ich wohl auch durch. Die fressen auch alles, was sich bewegt. Okay. Ich höre lauter Walker. Beißer, besser gesagt. Entschuldigung. Weg hier. Ihm knabbern die da rum. Okay, dann nach rechts. Good thing I'm out here, not in there. Hmm, soon's loose. Shit. Jetzt komme ich dahin, dann muss ich das Rohr da anbringen. Also dieses Ventil. Aha. Okay. 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 Dann wieder nach rechts, meinetwegen. Ich muss rein da, damit die dich nicht sehen. Wenn alle durch sind. Wenn alle durch sind, gehen wir weiter. Oh nein. Oh nein. Denk ich auch, ja. Denk ich auch, ja. Ich bin besser. Du bist besser, Mann. Du bist besser, mein Mann. Du bist besser, mein Mann. Du bist besser. Scheiße, 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 Scheiße. Oh, Quicktime-Event. Hoffentlich haben die nichts mitbekommen da hinten. Scheiß Penner da unten. Was kannst du überhaupt alleine? Nur ein Zeichen? Ein Schild? Komm mal da durch. Ah, ein Durchgang. Fall Out Shelter? Hier einziehen, Leute. Die anderen hierher bringen, einziehen. Kann ja wohl nicht schaden, oder? Oh. Nein Ich habe ein Bruder in Makan. Du war da? Wie war es hier? Ich bin nicht von hierher. Ich bin von Athens. Ich bin in Makan. Ich habe ein Bruder in Makan. Du warst da? Wie war es? So schlecht wie hier? Ich bin sorry. Du kannst ihn nicht vertrauen, Vernon. Du kannst ihn nicht verlassen. Was willst du mir machen? Schrauben ihn in die Hände? Warum nicht? Es wäre mehr eine Berge als jemand von Crawford uns gezeigt. Schau, Vernon. Was denkst du, wenn sie herausfinden, dass wir hier unten stehen? Was? Du bist richtig. Ich bin sorry, Freund. Ich kann nicht das Risiko. Schau, wir wollen das nicht tun. Wir sprechen, okay? Was ist zu sprechen? Du kannst uns nicht sagen, wer du bist. Mein Name ist Lee. Ich bin Wissenschaftler. Und ich will nicht sterben heute. Und ich glaube, du willst mich auch nicht töten. Keine. Keine Ahnung. Oder ich schraue. Wie? Fein die Klappe, Tanze. Mit einer Panik. Meine Güte. Du bist wirklich nicht von Crawford? Nein, ich bin wirklich nicht. Na gut, wir sind, oder waren. Wir sind weg, wenn sie angefangen haben, um den Ort zu verbrechen. Wir haben angefangen, um die sick und die alten zu verbrechen, damit die perfekte Gesellschaft der Verbrechung nicht zu verbrechen. Kein Raum für Schwierigkeiten oder Wunschuldigungen in der kleinen Master Race. Du bist nicht so alt, also bist du? Oh, okay. Ein paar von uns kamen von Walkern auf der Straße auf der Straße. Wir sind hier, versuchen, zu wegzuhren. Jetzt, ich will einfach raus, und zurück mit meinen eigenen Leuten. Das System der Verbrechung, du kamst, läuft all über die Stadt. Es wird dich an, wo du, wo du willst. Die Verbrechung sind wie ein verdammter Maze. Eine Chance, dass du mir helfen kannst? Schau, ich würde dir helfen. Aber wir haben alle unsere eigenen Probleme. Die zwei unserer Gruppe sind sick und brauchen constantes Wettbewerb. Und ich bin der einzige Doktor hier. Besides, warum sollten wir dir helfen? Schau, ich bin sorry, wenn ich dich schraue. Ich will nur zurück mit meinen Leuten zurück. zurück zu Clementine. Sie ist deine Frau? Nein, sie hat ihre realen Eltern verloren. Ich mache was ich. Das klingt so hin. Das klingt so hin. Die Unterstützung ist die Unterstützung. Die Unterstützung ist die Unterstützung. Wir sind zu Hause. Clementine? Kim? Kim? Molly? Oh hey, du hast es zurück. Wer ist das? Er hat mich nicht erzählt? Er hat mich nicht erzählt. Ich bin derjenige, der schluss auf der Rive. Wer ist das Fossil? Wo ist Clementine? Sie ist hier irgendwo. woher. Ich bin der Ich bin der woher. Ich bin der woher. Ich glaube, du hast etwas , was mir gehört. Ich bin der woher. Ich bin der woher. Ich bin der woher. Wer ist das? Wer ist das? Das ist Vernon. Er ist ein Doktor. Oh, danke Gott. Kannst du ihn sehen? Du musst uns helfen. Du musst uns helfen. Ich sehe, was ich tun kann. Ich nehme mich zu ihm. Umid, honey. Du bist gut. Du bist gut. Lee brachte einen Doktor. Alles klar. Schauen wir ihn an. Ich arbeite besser ohne ein Publikum. Ich bin sicher, dass du mehr Dinge von deinem zu betrachten hast. Clementine. Clementine? Okay, wir haben einen Arzt dabei. Der natürlich auch wieder zu seiner Gruppe zurück muss. Wir haben Umid, der anscheinend jetzt sehr viel schlimmer dran ist als vorher. Klar, der hat wahrscheinlich eine Infektion in seinem Bein. Und Clementine ist auch irgendwie nicht da. Aber wie das alles weiter geht, sehen wir beim nächsten Mal bei The Walking Dead. Bis dann.